Einwanderung zu bewerben und zu betreuen ist das Kerngeschäft der Welcome Center in Deutschland. Und das seit mehr als zehn Jahren, ungefähr so lange, wie es das Projekt Make It in Germany gibt. Sie sind unsere internationale Außendarstellung. Wenn das Interesse in die Regionen geht, übernehmen wir. Dort sind wir die erste Anlaufstelle für die Menschen, sie zu informieren, zu begrüßen und zu lotsen. Menschen kommen nicht alleine, sie kommen mit ihrer Familie. Das hat Bedeutung gewonnen in der Zeit. Auch die Interessen der Unternehmen an der Zuwanderung weiterer Kolleginnen und Kollegen. Dafür den intensiven Austausch für die Produkte und Projekte von Make It. Das sichert uns die Möglichkeit, als einem der Erfolgsfaktoren für unsere Arbeit gute Arbeit zu leisten, in der Zukunft Erfolge für Zuwanderung zu organisieren und auch Erfolgsgeschichten zu schreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.